In dieser Stellung habe ich den verrücktesten Zug meines Lebens gespielt. Weiß hat eigentlich echt Probleme. Der Läufer hängt, der Springer hängt, Schwarz droht den zu tauschen, Schwarz droht den zu tauschen. Und was mache ich hier? Anstatt eine dieser bedrohten Figuren zurückzuziehen, werfe ich noch mehr Feuer ins Öl und spiele den verrückten Zug Springer E5. Rufzeichen, Doppelrufzeichen sogar von Stockfish. Jetzt hängen eins, zwei, drei Figuren. Aber was ist die Pointe? Es droht Dame H5 Schach. Und tatsächlich ist Springer E5 fast gewonnen. Wenn ihr sehen wollt und verstehen wollt, wieso, guckt auf meinen Kanal. Dort analysiere ich diese Partie. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.